In einer Stadt voller Geschichte und Kultur tauchte ein Fußballverein aus der Dunkelheit auf und wurde zum Symbol für Leidenschaft und Rebellion. Das ist die Geschichte von Scheiße! We're going up! Der unerwartete Aufstieg des rebellischen Fußballclubs Berlins. Vor dem Hintergrund der rauen Straßen und lebendigen Viertel Berlins begann die Reise des Vereins Bescheiden, in den unteren Ebenen der Fußballpyramide. Die Spieler, angetrieben von der Liebe zum Spiel, teilten einen gemeinsamen Traum, die Erwartungen zu durchbrechen und ihre Spuren in der Fußballwelt zu hinterlassen. Gründer Wir wollten etwas Einzigartiges schaffen, einen Verein, der den Geist Berlins widerspiegelt. Spieler Wir wussten, dass wir nicht die Größten oder Reichsten sind, aber wir glaubten an uns selbst. Der Weg zum Erfolg war alles andere als einfach. Sie standen mächtigen Gegnern, finanziellen Schwierigkeiten und der Skepsis von Kritikern gegenüber, die sie als einfache Unterducks abtaten. Trainer Vielleicht haben wir nicht das größte Budget, aber wir haben Herz und Entschlossenheit. Das macht uns stark. Doch nicht nur die Spieler prägten den Verein. Die Fans, eine vielfältige Mischung von Menschen aus allen Lebensbereichen, hauchten der Identität des Vereinsleben ein. Fan dieser Verein repräsentiert das wahre Berlin, die Stadt, die Vielfalt annimmt und Konventionen herausfordert. Fan wir sind nicht nur Fans, wir sind eine Bewegung, die sich gegen die kommerzielle Übernahme des Fußballs stellt. Jenseits des Spielfelds wurde der Verein zur treibenden Kraft für Gutes, nutzte seine Plattform, um positive Veränderungen zu schaffen und die Viertel zu stärken, die ihn unterstützten. Mit dem wachsenden Erfolg des Vereins wuchs auch die Aufmerksamkeit, die er von den Medien und konkurrierenden Vereinen erhielt. Doch die neu gewonnene Anerkennung brachte ihre eigenen Herausforderungen mit sich. Der Verein stand unter Druck, sich anzupassen, seine einzigartige Identität für den Erfolg zu opfern. Spieler Wir dürfen nicht aus den Augen verlieren, wer wir sind. Unsere Authentizität unterscheidet uns. Mitarbeiter Wir sind bereits zu weit gekommen, um jetzt unsere Prinzipien zu opfern. Der Höhepunkt der Geschichte kommt, wenn der Verein einen entscheidenden Moment erreicht, vor einem Spiel, das ihren Platz in der Geschichte zementieren könnte. Doch Sieg oder Niederlage, dieser Verein hat bereits etwas Beachtliches erreicht, einen unerwarteten Aufstieg, der den Erwartungen trotzte und die Herzen einer ganzen Stadt eroberte. Scheiße! We're going up ist mehr als nur eine Fußballgeschichte. Es ist ein Zeugnis für die Kraft der Gemeinschaft, die Widerstandsfähigkeit und den Glauben daran, dass Unterducks gegen alle Widrigkeiten triumphieren können. Mach dich bereit, auf eine Reise zu gehen, die beweist, dass der Geist des Aufstands das Gewöhnliche in das Außergewöhnliche verwandeln kann. Wir sind ein Zeugnis für die Welt.